Die Burg Misox, italienisch Misocco, ist die bedeutendste Festung Graubündens und eine der mächtigsten der Schweiz. Sie liegt auf einem Felssporn 752 Meter über dem Meer. Archäologische Funde belegen, dass der Ort seit der Jungsteinzeit besiedelt wurde. Die älteste Anlage datiert aus dem 6. oder 7. Jahrhundert und war vermutlich ein frühmittelalterliches Kirchenkastell. Aus dieser Zeit haben sich abgesehen von Fundamentresten in der Kirche keine Spuren von Wohnbauten erhalten. Das Kastell wurde erstmals 1219 in einem Stiftungsbrief erwähnt. Vermutlich errichteten die Freiherren von Sachs damals im ehemaligen Kirchenkastell eine mittelalterliche Burg. Diese sollte rund vier Jahrhunderte lang ihr Wohnsitz bleiben und ihre Herrschaft über das Tal begründen. In der Zeit der Mailänder Feldzüge bemühten sich die Eidgenossen, das Herzogtum Mailand und der Graue Bund um die Burg und Herrschaft Misocs. Letzterer war ein Zusammenschluss von Adeligen, welche sich gegenseitig unterstützten. Am 20. November 1480 kaufte der Mailänder Söldnerführer Gian Giacomo Trivulzio die Burg und die Herrschaftsrechte im Misocs und Galantiatal für 16.000 rheinische Gulden. Dieser baute die Burg zu einer Festung aus. Er liess Mauern und Türme verstärken und stattete sie mit Gewehren und Geschützen aus. Nun war sie nur durch Verrat oder Hunger einnehmbar. Die Festung hat die Form eines langgezogenen, unregelmässigen Fünfecks. Neben Wohnungen für Herren, Soldaten und Dienstleute befanden sich ein Waffenlager, Vorratsräume, eine Giesserei, eine Käserei, eine Bäckerei, eine Zisterne und ein Bienenhaus in der Burg. 1496 trat Trivulzio dem Grauen Bund bei. Er verpflichtete sich, im Bedarfsfall Waffen und Proviant aus der Burg zu liefern. Dies geschah beim Schwabenkrieg, in der Schlacht an der Kalwen und im Ersten Müsserkrieg. 1526 veranlassten die drei Bünde die Schleifung der Festung, da sie befürchteten, sie könnte in falsche Hände geraten. Das bedeutet, das Castello wurde für militärische Zwecke unbrauchbar gemacht. Danach begann die Burganlage zu zerfallen. 1526 veranlasst die Brach. Dein St. 308-167. Das bedeutet, das sind die Brach. Dsch. 308-178. Dsch. 308-178. Dsch. 308-168-198.